Musik Mein Name ist Anna Ressel, ich komme aus Ilse an der Roma und bin seit 2004 diplomierte Farb- und Styling-Beraterin von ganzem Herzen. Zum einen habe ich mir die Erfahrung gezeigt, dass man Schmuckstücke produzieren sollte, die der Pfarrfamilie Zubehörigkeit entsprechen, weil das findet man nicht immer im Handel. Und zum anderen male ich Duftbilder, die die Seele behörden. Ich bin ab Mai jetzt jeden Mittwoch hier anwesend und meine große Vorliebe gilt dem Reparieren von Schmuckstücken, die unbrauchbar in einer Lade landen und ewig auf Erlösung warten. Wenn Sie also ein Schmuckstück haben, was Sie gerne wieder verwenden würden, bitte wenden Sie sich jeden Mittwoch an mich und eine Woche später bekommen Sie es Rekorrent zurück. Soviel zu mir in kurzen Worten. Und jetzt begebe ich mich sofort wieder an die Arbeit. Hier habe ich ein Beispiel eines kaputten Armwandes aus dem Urlaub. Hier ist ein Teil weggebrochen. Ich habe jetzt begonnen ein neues Ketterl zu machen, als Ketterl-Anhänger. Und es werden noch zusätzlich im selben Material Bohrringe daraus gemacht. Und somit ist dieses Stück gerettet und kann wieder neu verwendet und getragen werden. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Ich freue mich auf Ihren Besuch.